Ich könnte mir jetzt nur vorstellen, dass man jetzt nur noch so Dings sammelt. Gute Duwelen. Ich bin auch... ...und vielleicht schon mal die Waffe oder so ein bisschen höher machen. Ja, aber du musst ja auch einen Waxben hören. Ja, aber das dauert. Ich hab aber wieder runter in die Scroll. Ich dachte, ich bin erst morgen fertig in die Scroll. Wie, warte mal, was? Die Waffe kannst du verlangen, Waldmann. Ja? Ja, Mann. War auch jedes Mal los, dann kommt das Alter oder was. Mhm. Und das sagt richtig, Alter. Das ist ja... Ja, wo muss ich da hin? Ich nix versteh. Hier, nehmt die Brieftaube und schafft das... ...und spricht mit der Ruhr. ...und spricht mit der Ruhr. Ich muss die Ruhr. Fuck weg, Nigel. Oh, Loll, draußen sind ja über ein Gegner. Ja. Hät man das? Was hab ich, Schopper? Ich hab die Boske! Ja? Ja! Ja! Loll, nice. What the fuck? What the fuck? Nice! Ey, es könnte sogar ohne Scheiß der 100.000 jetzt sein, gell? Ne, es könnte sogar ohne Scheiß der 80 Buxen, jetzt hab ich sie... Oh, geiler! Nein, jetzt, Mann, jetzt kann ich nicht schocken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Ja, Kai, hast du geschickt? Oh, gar nicht, Mann. Wenn du das mal... Oh, wie hässlich, ey. Ey, ich mach... Oh, die WhatsApp wieder. Ey, wenn du mal sehen würdest, wie beschissen das bei mir aussieht. Ne, Mann, WhatsApp geht nicht. Oh, wie du... Oh, bei mir geht das. Ja? Ey, bei mir ist das Tuch hinten... Kommt aus dem Kopf raus. Wie hässlich! Ey, ich bin gestorben, die Gegner sind voll stark hier. Also vorne sieht das gut aus, aber hinten... Oh mein Gott.